so und weiter geht's mit part 5 zur live season von terraria zur zweiten live season oh gott holy moly alter wo wir gerade davon sprechen oh meine fresse ok wow komm geht kaputt du scheißteil wohl alter hatte ich einen schock was ist das denn da bitte hammer statu ok ich brauche die seile ich brauche unbedingt die seile oh unser avatar ist fast voll das ist nicht so geil ich kann die gar nicht bauen oder muss man damit was ach so man muss damit was an muss da erst anfangen damit oder wie ok dann muss ich doch auf die gute alte weise tun mit blöcken ok so schwer war das jetzt auch nicht da oben ist was spitzes was ist das einfach nur so ok das sind auch einfach eine steinblöcke alles klar huiuiuiuiuiuiuiui ich habe da ganz schön angst dass mich irgendwas aua Killed. Oh Gott. Mann, ey. Diese scheiß Fallen. Ich würde gerade sagen, ohne Witz, aber, ne? Nein, ihr wisst schon. Oh Mann. Da, man sieht die aber auch gar nicht, die scheiß Dinger. Boah, ist das ein... Ja, komm du nur her, ey. Ich mach dich platt. Ja, komm. Ja, noch einen Sprung. Komm, dann bist du tot. So. Oh Gott, nicht zu weit. Jeder Schritt ist gefährlich. Meine lieben Freunde, jeder Schritt ist gefährlich. Alter, da sind zwei Truhen. What? Ich hab zwei Truhen gesehen. Ich hab zwei Truhen, da ist was runtergefallen. Okay, hier wird auch was sein. Oder? Ne, Bleierd, aber das ist gut. Alter Vater. Das hier geht alles gar nicht. Ich muss hier weg. Da oben will ich aber noch... Boah, was war das denn gerade? Ey, hab ich mich erschrocken, als ich diese Druckplatte hier hatte, ne? Ich, ich, ich bin durchge... Hab ja durchgeklickt, hab mich gewundert. Was war denn das Rote da jetzt gerade? Oder bin ich jetzt total blind? Aber nee. Krass. Echt krass. Ist da oben noch was? Oh Gott. Ich fahre fast runter. Ne, da ist nichts mehr. Komm doch. Na los, kommt her. Aua. Ey, das E-Mail-Schaden macht sowas nicht abgemacht, ja? Frech. Ohne Spaß, diese Druckplatten, ich... Ich lass die verschwinden, ich mach die kaputt. Das macht mir nur Angst, wenn ich das sehe. Echt. Das ist nicht cool. Mann, jetzt geh kaputt, du scheiß Dreckblock. So, wo hab ich jetzt hier die Droh nochmal gesehen? Direkt da. Ich mag das Eis-Theme übrigens sehr. Okay, ich budde mich mal hier durch. Aber ich hab keinen Bock, dass das Wasser jetzt mitkommt. Auf meinen Reisen. Oh. Eine Wasserkiste. Oh, unruhige Stiefel. Der Träger kann super schnell rennen. Jäger-Trank zeigt die Position von Feinden, das ist cool. Und Eis-Fackeln, ja, okay, gut. Und wieder ein paar Seile. Nice. Okay, wir sollten irgendwann mal unsere Base ein bisschen ausbauen. Hab ich das Gefühl, wir brauchen... Wir haben ganz schön viel Stuff. Jetzt kriegen wir noch mehr durch. Geile Blei hier. Das ist echt praktisch. Komm, geh kaputt. Okay, gibt's... Hier war noch eine Droh irgendwo. Die ist jetzt wieder weg, oder was? Ne, da hinten ist sie wahrscheinlich. Hier waren zwei, das weiß ich. Kann es sein, dass die Drohnen manchmal auch gar nicht angezeigt werden einfach? Ich hab keine Ahnung. Ach, Mann. Come on, ey. Da ist sie. Doch, die ist da. Oh, Freunde. Oh, nee. Jetzt kommt auch noch ein Blob. Oh, nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm. Holy moly, ey. Wirklich. Das ist... Geht gar nicht klar hier. Ich kann die schon töten. Das ist gut. Na, kommt der Nächste. Der Nächste. Kommt schon. Nur nicht so zaghaft. Die verliert doch eh. Oh, Mann. Ich hab echt Angst. Das ist jetzt hier in jedem Augenblick. Eisbummerang. Bomben. Ey, so langsam kann ich doch gar nichts mehr tragen, oder? Oh. Ein Inventarplatz ist noch frei. Wir sollten zurückgehen. So. Oh, nein. Scheiß Drecksvieh. Oh, fuck. Wenn ich jetzt ein Fallsch... Äh, wah, wah, wah. Mann, ich komm hier nicht mehr raus. Wenn ich jetzt ein Fallschaden sterben sollte, dann lass ich das mit den Hardcore-Season. Das wäre echt schade. Also, das wäre echt scheiße, meine ich. Nicht schade, scheiße. So. Der Min... Ah! Mann. Der Mineneingang ist gebaut. Meine Freunde. So. Wie werden wir die... Wie werden wir die Stiefel gleich anziehen? Und mal gucken, wie schnell man wirklich damit ist. Das würde mich echt interessieren. Ne, da komm ich nicht hoch. Aber da komm ich hoch. Alter, schon wieder fast eine ganze... Oh. Wir laufen ja jetzt schon schneller. Oder? Sind die schon ausgerüstet? Nein, falsche Tasten, Mensch. Tatsache. Das ist nice. Ach komm, sowas, die brauche ich auch gar nicht. Die brauche ich auch nicht. Drei Erz brauche ich auf jeden Fall. Hä? Dort sind jetzt wieder Zombies. Sogar Eskimo-Zombies. Da ist ein Stern. Oh Mann. Und ich komm da nicht hoch, weil ich zu blöd bin. So, jetzt aber. Jetzt... Nein! Jetzt aber. Jawohl. Geht doch. Mein Stern. So, die Höhle lasse ich jetzt einfach mal offen. Das sind die Mohnauge. Ja, eine Linse. Juhu. Wie cool ist das denn? Abgefahren. Oh. Sag mal. Mensch, Mensch, Mensch. Immer diese... Immer diese Zombies. Oh, schade. Ich könnte sogar auf Wasser laufen, so schnell bin ich. Das wäre geil, wenn es was gibt. Willkommen, Ryan. I am back in der Hood. Alter. Oh mein Gott. War das ein Abenteuer. Meine Fresse. Das war echt heftig. Hey, Moment. Da. Das war heftig. Sehr heftig. Aber wir haben es geschafft. Das ist gut. So, wo war die Linse nochmal? Hier, ne? Ja, die Schutzbrille. Bäm. Jawohl. Jetzt sind wir auch aus wie so ein Captain, ey. Sag mal, haben wir noch drei Abwehr? Hä? Achso, Moment mal. Achso, entweder das hier. Okay, Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Haben wir jetzt die Brille auf oder nicht? Irgendwie ist das total komisch. Egal. Sieht cool aus. Was wollen wir denn noch machen? Wir könnten eine Haftbombe machen. Alles klar. Äh. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, gleich ist die Folge auch schon wieder vorbei. 19 Stück. So, und viel haben wir jetzt? Wow. Das ist wieder mal eine Menge. Wir haben jetzt wieder 42. Und die können wir für was benutzen? Ganz klar für einen Harnisch. Jawohl. Jawohl. Das sieht doch nice aus. So, zeig mal ja die Stats. Fünf Abwehr. Jawohl, nee, warte, das kann ja eigentlich weg hier. So, fünf Abwehr. So, das kann weg. Die Spinnnetze können weg. Äh, nein, Bleierd kann nicht weg. Ups, jetzt habe ich sie ja fein gelassen. Aber egal, wir sind zu einer nächsten Folge von Let's Play. Let's Alive Terraria hat Kurs Season 2 in der sechsten Folge. Wir haben überlebt. Länger und spannender. Und in der nächsten Folge werde ich mein Haus ein bisschen ausbauen, damit wir mehr Platz für Truhen haben. Also haut rein, Leute. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.